Der Peloponesische Krieg zwischen dem von Athen geführten Attischen Seebund und dem Peloponesischen Bund unter seiner Führungsmacht Sparta dauerte, unterbrochen von einigen Waffenstillständen von 431 v. chr. bis 404 v. chr. und endete mit dem Sieg der Spartaner. Der Krieg beendete das klassische Zeitalter Athens und der attischen Demokratie und erschütterte die griechische Staatenwelt nachhaltig. Fast alle griechischen Stadtstaaten nahmen an ihm teil und die Kampfhandlungen umfassten nahezu die gesamte griechischsprachige Welt. Ebenso bedeutend wie für den Verlauf der Geschichte des antiken Griechenland war der Krieg aber auch für die Geschichtsschreibung selbst, denn er war das erste Ereignis das Gegenstand einer wissenschaftlichen historischen Darstellung wurde. Der griechische Historiker Thucydides lieferte in seiner Geschichte des Peloponesischen Kriegs eine ausführliche zeitgenössische Darstellung bis zum Winter des Jahres 411 v. Sein Geschichtswerk prägt das heutige Wissen über den Verlauf des Peloponesischen Krieges maßgeblich. Für die Zeit nach 411 v. CHR setzte später Xenophon mit seinem Werk Helleniker Thucydides und vollendete Arbeit fort ohne aber das Niveau zu erreichen. Die Bezeichnung Peloponesischer Krieg ist allerdings nicht zeitgenössisch sondern kam erst später auf. Thucydides selbst sprach vom Krieg zwischen den Peloponesiern und den Athenern. Ursachen und Anlass des Krieges Ausgangslage und erster Peloponesischer Krieg der Attische Seebund Nach den Perserkriegen 50 Jahre zuvor noch ein freiwilliges Verteidigungsbündnis freier griechischer Städte, war inzwischen zu einem reinen Macht- und Zwangsinstrument Athens geworden und diente nun dem Ausbau und der Sicherung der Hegemonie Athens im Raum des Ägäist Schimmers. In Athen wurden zudem die sogenannten Langen Mauern gebaut, die die Stadt mit ihrem Hafen Piraeus verbanden und so gegen Bedrohungen vom Festland immun machten. Der Peloponesische Bund unter Führung Spartas stellte jedoch ein effektives Gegengewicht zu den Bestrebungen Athens dar, den Herrschaftsbereich des Seebundes auszuweiten. Der Konflikt zwischen Athen und Sparta in den Jahren 457-446-445. V. CHR, der sich unter anderem aus dem Übertritt Megaras zu Athen ergab, wird oft als Vorstufe zum großen Krieg gesehen. Dieser sogenannte Erste Peloponesische Krieg entzündete sich daran, dass Theben, der nördliche Nachbar Athens, ein Bündnis mit Sparta schloss, um Hilfe gegen Fokis zu gewinnen, einen verbündeten Athens. Als die Spartaner daraufhin nach Byocien marschierten, stellten sich ihnen die Athener entgegen, wurden von den Spartanern aber in der Schlacht von Tanakrera 457 V. V. CHR, geschlagen. Nur zwei Monate später blieben die Athener jedoch in der Schlacht von Oinophyta gegen Theben erfolgreich, womit sie für die nächsten zehn Jahre die Vorherrschaft über Mittelgriechenland erlangten. Da es aber danach innerhalb des artischen Herrschaftsgebietes vermehrt zu Abfallbewegungen kam, musste Athen Byocien wieder die Autonomie zugestehen. Und der Krieg endete 445 V. CHR, mit einem Pakt, wobei Megara wieder zu Sparta überwechselte. Es schien ein Gleichgewicht erreicht, da in dem auf 30 Jahre geschlossenen Friedensvertrag vereinbart wurde, dass man das jeweilige Bündnissystem achten und bei Konflikten ein Schiedsgericht anrufen werde. Bewusst wurde das Verhältnis zu den neutralen Poleis ausgeklammert, was sich als folgenschwerer Fehler erweisen sollte. Denn in den 30er Jahren des 5. Jahrhunderts V. CHR, flackerte am äußersten Rand der griechischen Welt ein Brandherd auf der eine Entwicklung in Gang setzte, die schließlich zum Krieg führen sollte. So unterschiedlich wie die naturräumlichen Gegebenheiten der Kriegsparteien waren auch ihre Fähigkeiten zur Kriegsführung. Die von Athen geführte Allianz bestand vor allem aus den Ägäischen Inseln sowie Hafenstädten. Ihre Stärke war folgerichtig die Seekriegsführung. Der Status von Athen als größte Seemacht hing dabei von seiner starken Flotte ebenso ab wie vom Bestehen des Seebundes. Dies erklärt sich aus der Bauweise der griechischen Trierin sowie der Topografie der Ägäis. Die Trierin hatten eine sehr leichte Bauweise und waren keineswegs hochseetauglich. Beim ersten Anzeichen eines Unwetters musste ein Ankerplatz aufgesucht werden. Zum Ankern reichte zwar für die leichten Trierin ein Strand aus. Die Küsten der Ägäis sind jedoch mehr von Felsen und Klippen geprägt als von Stränden. Geeignete Ankerplätze waren selten und meist besiedelt. Daher war die Verfügung darüber so wichtig für Athen sowohl für den Handel als auch für den Seekrieg. Bei Kriegsbeginn verfügte Athen nach Thucydides zudem über 13.000 Hopliten, darunter auch Sokrates, der an den Feldzügen nach Potaitaia, Amphipolis und an der Schlacht bei Delion teilnahm, sowie 16.000 Reservisten. Die Spartanische Allianz hingegen bestand vor allem aus den Städten der Peloponis und Zentralgriechenlands, d.h. Landmächten, deren Vorteile auf dem Gebiet des Hoplitenkampfes lagen. Einen indirekten militärischen Vorteil hatte Athen gegenüber Sparta, da es durch die Einnahmen aus dem Seebund über große Finanzreserven verfügte. Athen, zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner kulturellen Blüte, war eine Demokratie. Spartas Herrschaftsform dagegen war eine Mischverfassung, wobei die Spartaner außenpolitisch aber traditionell Oligarchien bevorzugten. Dieser Gegensatz bestand auch bei den jeweiligen Verbündeten. Wie wichtig dieser ideologische Gegensatz war, zeigt sich in der Tatsache, dass Sparta nach Kriegsende im besiegten Athen sofort eine Oligarchie einführte. Es gab eine aus heutiger Sicht paradox an Mutende Situation. Das demokratische Athen stand für Unterdrückung der nach Unabhängigkeit strebenden Polais, während Sparta eine Militärgesellschaft, die die Demokratie ablehnte und einen Großteil der eigenen Bevölkerung, die Heloten, brutal unterdrückte, die Rolle des Verteidigers der Freiheit Griechenlands spielte. Das Attribut demokratisch für Athen wurde noch in der jüngeren Geschichtsschreibung häufig dazu verwendet, das expansive Verhalten Athens zu relativieren. Auch in der populärwissenschaftlichen Geschichtsschreibung und in der Belletristik wird oft ein gutes demokratisches Athen dem militaristischen Sparta gegenübergestellt. Eine solche moralisch orientierte Bewertung der Kriegsparteien, die von der heutigen Bedeutung der Begriffe Demokratie und Militarismus ausgeht, ist in der modernen Geschichtsforschung nicht mehr zu finden. Eine Schlüsselrolle in der Entstehungsphase des Konflikts kam dem spartanischen Alliierten Korinth zu, das unabhängig von den großen Bündnissystemen seine Hegemonie im Golf von Ambrakia zu erhalten suchte. Als bei einer Stasis in Epidamnos die Demokratische Partei Korinth, die Adelspartei hingegen Korinths ehemalige Kolonie Kerkürer um Hilfe bat, entstand zwischen diesen beiden Poleis ein Konflikt um die Vorherrschaft im Ionischen Meer. Nach ersten Niederlagen gegen Kerkürer rüstete Korinth eine derart große Flotte auf, dass Athen um seinen Status als größte Seemacht fürchtete und deshalb im Sommer 433 v. v. c. h. r. ein Defensivbündnis mit Kerkürer einging, das über die zweitgrößte Flotte Griechenlands verfügte. Korinth sah damit jedoch eine Verletzung des Friedens von 446 v. c. h. r. gegeben und wandte sich schließlich an Sparta. In Folge eines weiteren Konflikts verhängte Athen per Volksbeschluss ein Handelsverbot gegen die Polis Megare, mit der Athen seit dem Ende des Ersten Peloponesischen Krieges verfeindet war. Megare ebenso wie Korinth, Mitglied des Peloponesischen Bundes, setzte nun alles daran, Sparta zum Handeln zu zwingen. Allgemein wird vor allem dieser Beschluss als letztendlich entscheidender Kriegsgrund angesehen, da Sparta unter Zuckzwang geriet. Diese Einschätzung wurde schon von Zeitgenossen geteilt, so von Aristophanes, der meinte, Perikles wollte dadurch von inneren Schwierigkeiten ablenken, warf ihn an den kleinen Funken, das Megarische Edikt Aristophanes e Irene Verse 605 ff. aufgeführt im Jahre 421 v. c. h. r. Ein dritter Konflikt entwickelte sich in der Stadt Potidae auf der Tschokidike, einem Mitglied des attischen Seebundes, das ebenfalls gute Beziehungen zur Mutterstadt Korinth pflegte. Als Athen von Potidae verlangte, korinthische Beamte auszuweisen und diese Mauern niederzureißen, trat dieses aus dem Seebund aus. Trotz der Unterstützung durch Korinth konnten die Athener Potidae allerdings schnell einschließen. Diese Konflikte waren jedoch nur Auslöser und nicht Ursache des Krieges, ein Unterschied den bereits Tocydides betonte. Den wahren Grund für den Krieg sah er in der Furcht der Spartaner vor der wachsenden Macht Athens. Nach seiner Meinung war der Konflikt letztendlich unvermeidbar, eine Einschätzung, die die moderne Forschung jedoch nur bedingt teilt. Im Sommer 432 v. c. h. r. forderten die unzufriedenen peloponesischen Bundesgenossen Sparta auf endlich einzugreifen. In Sparta war es vor allem König Archidamos II., der zur Vernunft riet, er konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Zunächst wurde aber nur festgestellt, dass Athen den 30-jährigen Frieden von 446 v. c. h. r. gebrochen hatte. Dem folgte bald darauf die förmliche Kriegserklärung. Die auch weiterhin fortgesetzten Verhandlungen mit Athen brachten jedoch keine Lösung. In Athen war es vor allem Perikles, der es nun auf einen Krieg ankommen ließ. Diese These wurde etwa von Karl Julius Beloch in seiner griechischen Geschichte besonders hervorgehoben, wurde aber auch von Tocydides wenigstens bedingt geteilt. Letztendlich waren die Risikobereitschaft des Perikles und die spartanische Furcht vor einem Austreten eines oder mehrerer Alliierter aus dem peloponesischen Bund die Hauptgründe für den Krieg. Perikles Absicht war es, Sparta zur Akzeptanz des Dualismus und damit des Seebundes zu zwingen. Sparta musste den Interessen seiner Bundesgenossen Rechnung tragen. Ob die Kriegsschuld für den Ausbruch des peloponesischen Kriegs nun bei Athen oder bei Sparta lag, ist in der Forschung umstritten. Sicher ist, dass aufgrund einer Atmosphäre politischer Verunsicherung, aggressiver Machtpolitik und übersteigerten Prestigedenkens von allen Seiten eine mehr oder weniger große Bereitschaft zum Krieg vorhanden war. Tocydides brachte die Stimmung auf den Punkt. Kleinliche Pläne gab es weder Hüben noch Drüben. Alle wollten für den Krieg ihr Bestes geben, begreiflich. Am Anfang packt jeder Schärfer zu und damals war viel Jugend im Pelopones, viel in Athen, die nicht ungern, da sie ihn nicht kannte, den Krieg aufnahm. Das ganze übrige Hellas war in Spannung bei diesem Waffengang der ersten Städte. Mit dem Herzen standen weitaus die meisten Menschen auf Seiten der Spartaner, zumal sie auch auftraten als Befreier von Hellas. Solchen Hass hatten die meisten auf Athen, die einen im Wunsch das Joch abzuschütteln. Die anderen in Furcht vor der Unterjochung Tocydides 2,8. Die eigentlichen Kampfhandlungen begannen jedoch erst mit dem Überfall der Mitsparta, verbündeten Thebaner auf Platte im Frühjahr des Jahres 431 v. CHR 8,9. 8,9. 9,9. 9,9.